Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Land 2 Ja, weiter geht's hier in diesem Part, hier in dieser komischen Welt Oh nein, jetzt bin ich... Oh shit, ich wollte die Glocke läuten, naja, macht nix Gut, sind wir jetzt schon beim Boss oder wie schaut das aus? Uh oh, uh oh Hä? Sind das Mars-Menschen oder was ist das? Und was sind das für komische Knubbel? Hallo Alien Oh mein Gott, ja, hieschen Ohren, ja hieschen Ohren, ich liebe Na, na, so, hieschen Ohren Das wirst du mir büßen, Level Ja, außer die... Außerirdische sind am Mars Wir sind am Mars Hä? Hä, das ist ein komisches Level Und wir sind... Hä, wir sind schon bei der Glocke? Nein, und wieder... Nein! Tote Fische! Nein, nicht äußern Oh, für ein neues Aber wir dürfen Gott sei Dank bei der Glocke weitermachen, das ist schon mal gut Boah! 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 Leute, habt ihr das gesehen? Yay, Schwämmchen! Habt ihr das gesehen? Was war das? Glück im Unglück, würde ich mal sagen Äh, könnt ihr das Pratzl oder... Was ist denn das für komische Kraxl-Pratzl? Oh! Wow! Da kommen wir wieder zurück Ich will meine Häschen Ohren wieder Yay, äh, okay, was ist hier, was ist hier? Feuerblume! Jawoll, die brauchen wir dringend Und wir sind wieder Indiana! Wuuuuh! Ich bin Indiana Jones Indiana Mario Jones M M M M M M Was ist M? Was ist... Was bedeutet dieses M? Nein, nicht klein sein Ich hasse es Oh man, das Level ist schon Ziemlich Tricky Und wenn da jetzt dann auch noch ein M-Boss oder so kommt, dann... Gute Nacht Heißen wir schon Oh man, was ist das? Ein Tintenfisch? Was müssen wir mit den Tintenfischen machen? Hä? Das müssen wir mit den Tinten... Ich check das Level nicht Ich check das Level nicht Was müssen wir mit den Tintenfischen machen? Ah, hä? Was müssen wir verdammt nochmal mit diesen fetten Tintenfischen da machen? Also, ich hab keine Ahnung Kupala, komm her da zu mir und küss mich! Muah! Na, na nicht so... Boah! Ach! Na nicht so küssen, hab ich gemeint! Hallo Wal Einschlafende Wal Bist du... Nein! Oh! Oh! Boah! Wow! Boah! Ja, die wieder so mal dermaßen von Glück! Oh! Weg da, weg da, weg! Da, komm! Ja, da, du komisches Ding da! Bams! Alien! Alien alarm! Und auch ein Alien! ich will die feuerblume behalten jetzt will ich verdanken auch mal die feuerblumen behalten stirb fisch 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 zu sterben leute das kann es aber nicht sein ok jetzt sind wir wieder bei den tippen fischmann was müssen wir überhaupt machen müssen wir damit der feuerblume drüber oder aber wir müssen den auf den kopf hüpfen ok und wie oft müssen wir das machen dreimal wir haben einen ok wir haben das level abgeschlossen ist aussieht was ist hier diese komische mario da mario sound ok machen wir gleich die mal und wie kommt man da wieder ah ok da muss man runterlaufen sind wir in der maschinenhalle oder wie schaut das aus das werden wir gleich rausfinden was da los ist und zahnräder wir können uns drehen cool ich muss sagen wirklich gut gemacht und die musik ist auch wirklich cool ok da kommen wir nicht weiter oh mein gott ein sägeblatt nein du bist nicht nein du erwischst mich nicht nein ich werde schneller ding ding was ist das hä zahnräder nein ich bin wieder kleiner mario ich wollte auch ein großer mario ähh ja klar so was ist das hier? boing, boing, boing genau, zack zack, deswegen scheint mir das Spiel gefällt mir, was man das alles gut findet, wenn man Spline spielt, ok, da sind so komische Stacheln-Dinge da und diesmal frisst du mich nicht, du Cooper, du, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, oh man, ich geh lieber unten, das ist sicherer als da oben, würde ich mal sagen, auch wenn man vielleicht oben irgendein Item oder was bekommt, Scheiße, scheint mir so, oh man, du bist so keins, äh, was ist das, äh, da wird wieder klein, ok, boah, was wird da, oh man, war das so knapp, Aha, Houston, wir haben ein Problem, ich hab nur noch ein Leben, ich will nicht fehlen, ich will nicht flöten gehen, nein, ich will nicht flöten gehen, nein, 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 делать, ich will nicht flöten gehen, ich will es schaffen, Ja ja, ich spring da nach oben und das ist so schön, eh. Schalalala, diese Säge macht mir nichts, denn ich werde unten durchgehen und dann erwischt ich mich nicht. Da-da-da-dam. Da-da-dam. Da-da-dam. Da-dam. 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 Und einsammeln ist immer gut. möchte ich mal sagen. Und Koopa, geh weg. So, jetzt will ich aber ein grosser Mario bleiben. Und hier, einen Coin absammeln. Und das ist kacke. Puh, ok, machen wir's halt, sooo ist auch Recht. Ah, jetzt haben wir's geschafft, gut. Heschen, oh Mann. häschen, 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 hüpf, häschen, hüpf, 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 hüpf und die Animation wenn er rüber switcht, ist er von... bing bing, bing bing ok gehen wir unten gibt es etwas besonderes , ok eine seege oh fliegende Schrauben stößt ziehen, fliegende Schrauben oh man das ist cool oh man das Spiegel ist... Feuerblume, ich bleibe hier bei meinen Hasen, ja, ich liebe Hasen, ich habe zwar keinen Hasen zu Hause, aber Fliegende Hasen sind cool, was jetzt bei Mario ein Hase ist, Frau Knuffe irgendwie Okay, da kommt man nur durch, wenn man die Feuerblume hat, so weit wie wir, klar Und dabei hätten wir mal wieder Häschen vorgekommen, und wie kommt man da auch nach oben? Muss ich da etwa rauf springen auf dieses komische Ding da? Wie komme ich da? Okay, jetzt auch anders geschafft Okay, ich will da erst gar nicht versuchen Nein Und die Glocke haben wir geleitet, ist immer gut Ich wollte das jetzt gar nicht anders probieren, weil ich will finden Nix Oh man Gibt es da nur dieses eine Minispiel, oder? Ich will leben, hallo Leute Ich brauche Leben I need lives Hey, ein Schweinchen namens Dick Babe Ein Schweinchen namens Babe Es ist ein Schweinchen, ein Schweinchen namens Es ist ein Schweinchen, ein Schweinchen namens Okay, da kommt man nicht weiter Ein Schweinchen namens Babe Cool Also wir haben da wirklich Boah Also Man muss da wirklich aufpassen Dass man dann irgendwie gegen so ein fliegendes Ding da läuft oder so Ich nehme dich als Abstützer Boing 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 Ich mache es lieber so Aber gibt es da unten etwas besonderes? Ähm Ein Ein Leben? Aber wie kommt man da runter? Kann man das abschießen? Hallo, ich will dieses Leben Hey Hallo Ich will das Leben, verdammt Wie kommt man da hin? Da vielleicht? Nein, da vielleicht? Ja, da kommt man runter Sag bloß Sag bloß Sag bloß, da kommt man Sag bloß, da kommt man zu dem Leben Also wenn ich da jetzt nicht zum Leben komme, dann Okay, das war die falsche Röhre Dann gehen wir da wieder runter Das heißt Das heißt, ich muss aber hier weiter Um zum Leben zu kommen Und hier muss ich auf... Ja, ja, leben, leben, leben Ich habe ein Leben bekommen Ja, du hast blau und schlau gelöst Ein tanzender Bär Und ich glaube ich muss auf den Ball da hüpfen Damit ich weiterkomme Damit ich weiterkomme Schätze ich mal Könnt ihr mir gut vorstellen Okay, das ist ein bisschen tricky Muss ich sagen Und da ist die Glocke Wie läuten wir ab? Kling Kling Klingelingeling Boah, Schweinchen Babe Boah, Schweinchen Babe Boah, Schweinchen Babe Schweinchen Wieg, 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 wieg Ja, Schweinchen namens Babe Geh weg da Babe Ein Schweinchen namens Babe Das sind wirklich witzige Figuren Aber ich glaube die gibt es auch nicht Nur in diesem Teil Diese Schweinchen da So Wo geht man da jetzt lang? Nein, ich wollte doch ein Schweinchen bleiben Ich wollte kein Schweinchen bleiben Nein! Du böses Schwein, du! Du böses Schwein Ich mag dich nicht mehr Du bist ein böses, böses Schwein Ähm, ich gehe oben Hey, da kommt Boah, 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 was ist das? Der Eierball fällt drüber und dann Oh man, oh man, oh man Aber ich will die Glocken Leute! Hallo! Ja, ich will läuten Ich will läuten Ich will läuten Ich will läuten Hä, was ist das für ein Minispiel? Äh, wo das hinläuft, das bekommen wir oder wie? Yay! Ein Up! Ein Up ist gut Yay! Na dann, ich glaube ich mache jetzt wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge Leute, bis dann Haut rein! Ciao, ciao! Ciao!